Hallo zusammen, ich bin Lukas Weber und arbeite bei der Heffrücker AG in Klingau. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Rezyklist und ich zeige euch jetzt, was ich alles im Plus-Altag erleben darf. Kommt doch mit! Damit du rechnen kannst, brauchst du grosses Wissen über die diversen Materialien. Das Wissen kannst du einerseits durch die Arbeit im Betrieb ereignen, andererseits durch den Besuch der Berufsschule. Metall ist nicht gleich Metall. Bereits im ersten Lehrjahr habe ich viele verschiedene Metall kennengelernt und weiss, wie ich sie unterscheiden kann. Auf unserer Sammelstelle können praktisch alle Abfälle und Wertstoffe, auch Sonderabfälle wie Lack, Farbe, Medikamente und Batterien abgeben werden. Als Rezyklist weisst du genau, wie du mit dem Material umgehen musst, damit die Umwelt möglichst geschont wird. Bei der Heffrücker AG gefällt mir die Vierseitigkeit und der umfangliche Maschinenpark. Ob Schredder, Ballenpresse, Stapler oder Radlader, am Schluss deiner Lehre kannst du alles bedienen. Wenn ihr euch vom Beruf Rezyklisten angesprochen fühlt, dann meldet euch einfach bei der Firma Heffrücker AG an. Rezyklisten beruft mich der Zukunft.